Basированный Profkin представляет Bunker Tkača Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt Es bleiben im Raum Keitel, Jodel Krebs Und Burgdorf Das war ein Befehl Der Angriff Steiner Das war ein Befehl Wer schickt sie? Das hier ist Martin Sie waren Befehl So weit ist das einfach Geld rum Der Militär hat mich verjogen Jeder hat mich verlogen Sogar die OSS Die gesamte Generalität Ist nichts weiter Es ein Haufen niederfrechtiger Treuloser Feiglinge Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken Die Stadt Feiglinge Verreißer und Versager Mein Führer Was Sie da sagen ist ungeheuerlich Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes Sie ist ohne Ehre Sie nennen sich Generale Weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behigert Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt Ich hätte gut daran getan Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen Wie Stalin Ich war nie auf einer Akademie Und doch habe ich allein Allein auf mich gestellt Ganz Europa erobert Verräter Von allem Anfang an Bin ich so verraten und betrogen worden Es war ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke Aber alle diese Verräter werden bezahlen Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen Sie werden gesaufen in ihrem eigenen Blut Bitte gerne Jetzt beruhig dich doch Meine Befehle sind in den Wind gesprochen Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen Es ist aus Der Krieg ist verloren Aber wenn Sie, meine Herren, glauben Dass ich das mit Berlin verlasse Irren Sie sich gewaltig Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf Tun Sie, was Sie wollen Tun Sie, was Sie wollen